Herzlich Willkommen zu der Session Qualifizierung für Open Access im Studium und Beruf. Dies wird eine Session sein, in der Sie nicht in erster Linie bescheuert werden, sondern in der wir Fragen stellen und sich Fragen durch das, was wir präsentieren werden, ergeben. Es hat nämlich einen kleinen Hintergrund, dass wir hier jetzt sind und das klingt tatsächlich hier in der FH Köln an, in der Mensa, um genau zu sein, wo Herr Ausfall und ich im Rahmen einer bibliothekarischen Weiterbildung zum Thema Open Access im Geschäftsmodell uns gefragt haben, wie sehr Open Access eigentlich in der Qualifizierung verankert ist. Also ist das ein Thema, das einfach dauerhaft gesetzt ist oder fliegt das ad hoc dazu, weil irgendjemand merkt, das sei ein wichtiges Thema. Wir versuchen, dem ein bisschen nachzugehen. Das wird hier aber keine erschöpftige Antwort sein, von wegen, so ist der Status quo. Sondern wir beleuchten das aus zwei Perspektiven, einmal aus der französischen Perspektive, einmal aus der deutschen Perspektive, was wird eigentlich vermittelt. Wir hören dann nochmal, was eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung für das Thema bereitstellt. Und wir haben einen Vortrag, der heute nicht stattfindet, den ich sehr gerne gehört hätte. Da ging es um Open Access in der Promotionsausbildung. Frau Bumme ist leider krank, aber ich habe mich sehr nett von mir gestern Abend sozusagen auf dem Dienstweg meine Kollegin gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das vorzustellen. Und zwar ist das Astrid Orn, die gestern kurz das FOSTA-Projekt vorgestellt hat und heute das nochmal ein bisschen genauer erläutern wird, weil es letztendlich auch in diesem Bereich gehört. Von mir kommt jetzt eine kleine Einführung, die eigentlich auch nur das Thema Gesetz setzt. Also warum ist das überhaupt ein Thema? Das eine ist, das ist ein gefühltes und offensichtlich auch schon ein formuliertes Unbehagen, ob wir dieser komplexer werdenden Realität im Publikations- und Bibliothekswesen gerecht werden, mit all den Aspekten, die wir in der Ausbildung vermitteln. Und das spiegelt sich nieder in allen möglichen, dass man inzwischen darüber nachdenken muss, was qualifiziert einen sogenannten Data-Librarian? Was ist Big Data, Open Data und Open Access gehört mit dazu? Und wir haben durch diese Aufgabenverlagerung in Bibliotheken auf jeden Fall ein Augenmerk auf die Definition von Kernkompetenzen. Ich nenne da jetzt nur zwei Beispiele, dass Biba als europäische Formierung eine Arbeitsgruppe hat, dass RRUK, also Research Libraries UK, einen umfangreichen Report zu Themen bei Rescreen for Research rausgegeben hat, wo es auch um diese Neupositionierung geht. Wer sind wir eigentlich als Informationsinfrastruktur-Dienstleister in diesem Kontext? Nach meiner Auffassung ist das Thema Open Access gesetzt, also das kommt immer wieder vor. Aber was es dann eigentlich ist, das ist jetzt nicht so festgelegt. Also es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Und wenn ich jetzt in meiner eigenen Einrichtung beobachte, dann ist es zum Beispiel so, alle diejenigen, die uns im Bereich elektronisches Publizieren besuchen, wollen immer etwas über Open Access lernen. Und das ist zum Teil auch, weil es ein Begriff ist, der Unbehagen auslöst, so von wegen, um Gottes will, begreife ich den in seiner Komplexität, was gehört alles noch dazu? Und dann auch noch mit Ruhe immer weggekoppelt und nachher mit Lizenzen, wie auch immer. Jedenfalls ist es ein Begriff, wo wir merken, es ist sehr viel Informationsbedarf da und gar nicht nur, um die Informationen von A nach B zu bringen, sondern auch, um sich kompetent und sicher zu fühlen. Wir haben auch inzwischen immer mehr Nachfragen aus der Wissenschaft zum Thema Open Access, die wir zum Beispiel in Göttingen mit unseren vorhandenen Ressourcen mal so knapp bis nicht mehr bewältigen können. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir mehr Kollegen in dem Thema ausbilden. Und wenn wir sehen, dass verschiedene Einrichtungen inzwischen Open Access-Beauftragte haben, dann fragt man sich natürlich auch, was ist eigentlich die Arbeitsplatzbeschreibung für einen Open Access-Beauftragten, außer dass er sich mit Open Access auskennen soll. Das werden wir hier in diesem Workshop nicht beantworten, aber einfach mal kursorisch sehen wir, dass es bereits Ausbildungseinrichtungen gibt, die das ausdrücklich formulieren. Das wird Herr Oswald noch viel mehr im Detail ausführen. Aber dann sehen wir, wie die neuen Bereiche, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, sich auch abbilden im Curriculum. Und wenn dann Open Access schon im Bereich der Grundlage steht, dann hat das Auswirkungen. Weil sich da natürlich andere Ausbildungseinrichtungen fragen, müssen wir das jetzt auch so setzen? Muss man das so machen? Oder macht man das, weil man das Personal hat, die das auch so vermitteln können, wie man es sich erhofft? Das heißt, hier sehen wir auch, dass die Dinge ein bisschen sich im Wandel befinden. Was mir wichtig ist, dass wir nochmal uns klar machen, wenn wir über Ausbildung und Qualifizierung sprechen, wir haben diese verschiedenen Akteure, also wer einen Vortrag von mir gehört hat, der hat diesen Preis schon ganz oft gesehen. Ich benutze den immer wieder, weil da nochmal klar wird, wer eigentlich bei uns so mittut, in dem, was wir tun. Und wenn wir jetzt über Ausbildung sprechen, dann haben wir zum einen unsere Wissenschaftler, für die wir wissenschaftliche Bibliotheken oder Forschungseinrichtungen betreiben. Das heißt, auch die müssen im Thema Open Access so eine gewisse Grundausbildung mitnehmen können. Wie sie das tun, ist sehr unterschiedlich. Und wir haben die Intermediäre. Das sind zum einen die Verlage, das sind zum anderen die Bibliotheken oder die Infrastruktureinrichtungen, die das ja nicht nur als Selbstzweck betreiben, sondern eben für die Produzenten, die gleichzeitig auch die Konsumenten sind. Die Themen, über die wir da sprechen, ist vor allen Dingen der Umgang mit den anderen Akteuren im Zusammenhang von Open Access. Es geht nicht nur um die Inhalte, sondern es geht darum, wenn wir über Open Access sprechen, was bedeutet das zum Beispiel aus Wissenschaftlersicht, mit welchem Geschäftsmodell von einem Verlag werde ich zu tun haben. Aus Bibliotheksicht ist es die Frage, was erwarten eigentlich meine Wissenschaftler vom Thema Open Access? Also es geht immer wieder ganz stark darum, wo bin ich selber in diesem Dreieck, was wir noch ausweiten müssten, um die Förderer und Politik und so weiter, aber ich habe es jetzt mal verkürzt. Also wo bin ich in Bezug auf die anderen Akteure? Es geht auch zu spezifischen Prozessen. Also was bedeutet es zum Beispiel, eine Kommunikationsform zu betreiben? Und was ist eine, wie bringe ich das eine in mein Portfolio der Erwerbung? Aber es geht auch um spezifische Inhalte, wie zum Beispiel um solche Dinge wie, was ist eine Creative Commons Lizenz? Und diese drei Felder, denke ich, sind die, die wir versuchen, beim Thema Open Access in der Ausbildung abzubilden. Und wenn Sie da anderer Meinung sind, dann bemerken Sie sich das gut und dann fragen Sie mich gleich, wenn ich eine Pause mache. So, das wäre dann zum Beispiel die Sicht auf die sogenannten Produzenten. Also wie versuchen wir die Wissenschaftler, den wissenschaftlichen Nachwuchs an diese Themen anzubringen, was machen wir da? Verankern wir das in festen Curricula, so wie wenn man Mikrobiologie lernt, einfach gewisse Grundlagen hat. Und das unterscheidet sich nicht riesig groß, ob man jetzt in Barcelona oder in Göttingen studiert. Beim Thema Open Access sind die Ansätze sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt dann später. Also ich werde Sie am Ende der Session nochmal mit Fragen behelligen. Ich zeige Ihnen die jetzt schon mal, damit Sie wissen, dass ich dann auch Sie fragen möchte, weil ich keine festen Antworten dafür habe. Aber damit lasse ich es jetzt erstmal. Und wenn es jetzt zu den Anmerkungen oder Ergänzungen oder Korrekturen gibt, was ich hier gerade gesagt habe, vor allem bei diesem, was man da eigentlich tut, dann tun Sie das jetzt oder aber ich stelle den nächsten Sprinter vor.